La la laber doch, das Stotter-Podcast-Experiment von und mit Tobias. Servus und habe die Ehre zur siebten Ausfolge meines kleinen Podcast-Experimentes. An dieser Stelle will ich eigentlich nur mal Danke sagen an die super Feedbacks, was ich von euch bekommen habe. Und vor allem, ich habe Feedback von Stellen erhalten, welche ich noch gar nicht dachte, dass die überhaupt sowas mitkriegen, hören oder sonst was. Und das hat mich wirklich, wirklich begeistert. Auch wenn ich dazu sagen muss, dass jetzt außerhalb von meinem eigenen kleinen Podcast ich wahrscheinlich nicht mehr so schnell Gast in anderen Podcasts werden würde. Der DevTalks-Podcast mit Carrie war doch ein bisschen zu schlecht und ich ehrlich bin auch unpassend. Es tut mir wirklich leid, helfe diesen wirklich netten Mitmenschen, aber ich glaube, ich habe ihnen mehr Schaden zugefügt, als was ich wollte. Naja, aber es war ein Lesson learned und ich bin glücklich. Es gemacht zu haben, wisst ihr, weil manchmal ist man einfach nicht zufrieden mit irgendwas, aber doch irgendwie happy, dass man sich erst getraut hat. Aber hey, ja, no risk, no fun, nicht wahr. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal bei meinem kleinen Podcastchen hier. Auch wenn ihr, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, sehr unregelmäßig kommt. Aber ich bin noch am Ball und ich hoffe, ich bekomme die 10 Folgen in diesem Jahr noch voll. Da ich, wie gesagt, die ganze Aufmerksamkeit auf meine Dankbarkeit, auf meine wirkliche Zufriedenheit, was diesen Podcast anbelangt, legen möchte, höre ich jetzt auch schon wieder auf. Aber keine Sorge, die nächsten Inhalte stehen schon fest und sie werden auch hoffentlich bald kommen. So, Dankeschön für's Zuhören. Merci nochmal für all euer Feedback. Das tat mir wirklich gut. Habe die Ehre. Macht's es gut.